Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Rai Meusch, dein Online-Tuba-Lehrer und heute sind wir an Tag 28 der 30-Tage-Buzzing-Challenge. Ja, Endspurt. Hier sind noch insgesamt drei Videos inklusive dem heutigen. Und heute machen wir nochmal eine Übung, die richtig schön in die Tiefe runter geht. Dafür dann morgen eine, die richtig schön in die Höhe geht. Und für den letzten Tag überlege ich mir noch irgendwas Cooles. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Übung. Wir spielen einfach vier Klänge abwärts und fangen an mit A-Dur. Wir spielen einfach mal eine Übung. Wir spielen einfach mal eine Übung. Wir spielen einfach mal eine Übung. Das war's. Das war's. Jo, in der Tiefe, da sieht man schon die Lippen, also die Schwingungen der Lippen einzeln vibrieren. Das war jetzt bis runter zum großen G, nein, zum Kontra-G. Ja, das ist schon wirklich sehr tief und das ist cool, wenn du das schaffst, so weit runter zu kommen. Ja, morgen spielen wir dann, wie gesagt, in die Höhe. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben und Tschüss.